So, neuer Tag, neue Tagesaufgabe, die dürft man eigentlich easy hinkriegen. Lande auf einer schwebenden Insel und einem Meteoriten. Also einmal auf der Insel landen, einmal auf den Meteoriten. Wir versuchen das Ganze aber in einer Runde. Dazu gehe ich definitiv in Gruppenkeile. Da müsste es nämlich easy zu machen sein, auch für einen Braumanit. So, müsste eigentlich in einer Runde machbar sein. Wenn die Route einigermaßen in der Nähe vom Meteoriten ist und ich mich nicht da hochbauen muss, dürfte es eigentlich easy machbar sein. Behaupte ich jetzt mal. So, wenn ich hier bisher schon öfters helfen konnte bei irgendwelchen Aufgaben, lasst doch mal bitte endlich ein Abo da. Es wird jetzt langsam echt Zeit. Weil ich habe nachgeguckt, ich habe 82% meiner Wiedergabezeit ist von Nicht-Abonnenten. Also wenn ich mir schon irgendwie helfen konnte, lasst bitte ein Abo da. Und die alten Hasen und euch wissen ja, Ladebildschirmzeit ist, Like-Zeit, Kommentier-Zeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, damit spreche ich dich an, dann drück jetzt auf Abonnieren. Wir werden uns eh nur öfters sehen. Du kommst nicht an mir vorbei. So, und ihr wisst ja unten mit dem Gewinnspiel, da seht ihr ja, 10 Euro Passagecode ist immer noch nicht geknackt worden. Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, guck einfach in der Videobeschreibung nach. Da steht genau drin noch ein Video extra dazu, wie du gewinnen kannst. Also einmal stelle ich mich vor und einmal erkläre ich natürlich auch, wie das Gewinnspiel funktioniert. So, in dem Sinne würde ich sagen, war es das erstmal, was das betrifft. Und erstmal danke an die, die schon abonniert haben und auch die, die zahlreich mir schon geholfen haben. Sei es bei Rette die Welt, Fortnite allgemein. Ist halt alles langsam mal wirklich ein Wiedem und Nehmen. So, wir versuchen als erstes auf dem Meteorit zu landen. Das dürfte eigentlich die leichteste Aufgabe jetzt sein. So, und dann gehen wir nämlich von den Meteoriten direkt rüber zur Insel, auch wenn die auf gegnerischer Seite ist. Aber auf den Meteoriten müssen wir uns ja, ob ich immer noch hochbauen. Ich glaube, da gibt es noch keinen Strudel für hoch. Und bei der Insel können wir einfach hochgesogen werden. So, er ist schon da. So, das war Nummer 1. Gerade schon mal ein bisschen was mitholen. Sonst ist hier, glaube ich, nichts, oder? Ähm, wir hören. Oh, wir haben noch ein Inlem. Falls uns irgendein Gegner abwacken will. Entschuldigung für den Ausdruck. Ja, du musst mir natürlich die Munition klauen, das ist mir klar. So, so, so. Lassen wir das Ganze mal so. Die Insel ist da hinten. Geh weg. Keine Zeit für dich. Ah, da hätte ich jetzt ein bisschen Öl mitnehmen können. Dürfen halt jetzt noch nicht gekillt werden. Ihr seht ja, drei Leute sind auch schon rübergegangen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie noch schnell einen Metz bekommen. Aber die Insel ist hier in der Runde leider etwas weit rüber. Ach, er baut schon. Dankeschön. Er hat nämlich dieselbe Idee wie ich. Ah, er hat reichlich Metz, ist schon mal gut. Das ist natürlich jetzt Glück. Aber die Insel hatte ich auch noch nie so weit links. Ganz ehrlich. Bis jetzt war die Insel immer... Ach, er hat so noch mal einen Trampo. Ach, das wird ja safe reichen. Oh, doch nicht. Ja, ich lade ihn einfach mal hinterher. Vielleicht kann ich dann weiterbauen, wenn er. Aber zu zweit ist man immer ein bisschen besser dran. Aber er hat definitiv den selben Plan wie ich. Ich habe mal schnell ein paar Metz mitgeholt. Ah, er kann noch weiterbauen. Ja, warum hat er denn nicht höher gebaut? Oder er hat nicht gesehen, dass ich hinter ihm bin. Ach, jetzt baut er sich runter. Mal gucken, ob es für ihn reicht. Aber ich denke immer noch nicht. Hier ist er schon wieder ein Lichtstrahl. Ah, stimmt. Dings kommt hier zurück. Meine alte Hut. Ja, das war es komplett. So, zack, 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 zack. Ich glaube, den Gegner habe ich definitiv schon da oben gesehen. Mäh. Nein, ich mache jetzt hier kein Auge. Nur nicht sterben. Sterben ist jetzt ganz schlecht. So. 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 Hauptsache lachen. Zack, Aufgabe geschafft. Wie ihr gesehen habt, easy zu machen. Aber halt am besten zu empfehlen in Gruppenkeile. Dürfte logisch sein. So. Loot-technisch. Mal gucken, was hier ist. Ihr wisst ja, die Runde spiele ich immer zu Ende. Auch wenn es natürlich upload-technisch besser wäre, wenn ich jetzt schon hochladen würde. Aber so ist halt einfach meine Art und Weise. Ich mache halt keine 3 Minuten Videos, wo nur gerade zack, zack, zack. Ich müsste da hingehen, alles klar. Wo ist er gelandet? Ich habe mal einer, der nicht gebaut hat. Ach, Zonemort Auge. Ich habe keine MP. Nix. Ach, keine. Schrot, nix. Die müsste ich definitiv noch finden. Sonst ist die ganze Runde fast für den Arsch. Ähm, blablabla. Wie spiele ich inzwischen lieber? Ah, da ist noch ein MP. Aber ich höre hier noch eine Kiste. Wenn ich sie noch sehen würde, wären wir natürlich noch lieber. Ah, da haben wir die Kiste. Natürlich nicht. Oh, mach jetzt hier keinen Klitzinn. Ah, hier war auch schon einer. Ah, jejejeje. Ohne MP. Ach, ohne Dings. Hier waren wir schon im Dach drin. Ich hoffe, ob hier noch was ist. Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Ah, hier ist der auch nicht wirklich weiter. Zack, 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 zack. Und wie gesagt, wenn ich ihr jetzt schon helfen konnte, lasst gerne ein Auge da. Würde ich mich halt echt freuen. Und die anderen würden sich natürlich auch freuen. Und du hast natürlich auch die Chance, die 10 Euro zu knacken. Ich sehe denn keine einzige MP, ist das hier euer Ernst? Ach, ich glaube mit MP. Das Boot. Ja, scheinbar echt nicht. Ja, sterben werde ich sowieso. Besonders wenn man in die falsche Richtung fliegt, wie ich gerade sehe. Ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie einen Fliecht Dings finden. So will ich jetzt da unten MP sagen. Mann, Mann, Mann. Komm, ich brauche Schrott. Dann gib mir Schrott. Gib mir Schrott. Komm, runter. Dann, dass sie die Fußkarte sieht. Ist das auch offen? Ist das auch offen? Ist das hier euer Ernst? Ach, hopper, da fackt auch schon ab. Ja, das ist das. hier muss doch noch eine schrot rumliegen das kann ich geerbt sein ach da hinfiegt jetzt bitte kühle mich keiner Ah, hätte auch sitzen können. Hallo, darfst du mal laufen? Ich dachte mal, ich werde los. Es gibt noch Leute, die sind schlimmer. Ah, das war das. Da würde ich sagen, ich werde total waffentechnisch überfordern. Ich wusste nicht, bauen, Waffen wechseln. Welche Waffen bin ich? Chaos pur war das gerade in meinem Kopf. Eins in Chat, wer es auch kennt. Was nennt das? Was nennt das? Nein! Nein! Ah, Gott ey! Diese Sprinten, nicht Sprinten. Das geht mir manchmal auch so. Das ist ein Sack. So, wir haben hier noch was. Ein bisschen am Blut wäre natürlich auch nicht schlecht. Ah, sie sind doch noch gestorben. Aber ja klar, Schrott, 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 Schrott. Wer mag die Auge? Habe ich die Treppe wieder falsch rufen? Ja, ja. Mal wo der Panik zu machen. Wer war denn? Er hat ja nie geschossen. Da war wieder der eigene Fakt am Weg. Ich hasse es manchmal echt. Wo war er denn? Er hat sich auf den Baum gesetzt. Bist du ein Vögelleiter oder was? So. Hä? Ach so. Ich hab den nicht gesehen in dem Nebel. Ah, knapp der Nebel unternehmen. Wir haben 10 Kills heute aber haben. Also jetzt mein persönlicher Anreiz. Ja, aber nicht wenn ich so dämlich lande. Ja, ein Galaxys gegen den Hedgehofen. Ich hatte einfach keine Waffe in der Hand. Was war das denn? Hat er jetzt Ex-Mut begonnen? Jetzt einfach zu langsam! Hätten beide den Headshot sein müssen, weil der Herr hatte Blue Life. Der Vogel. Ich sehe keinen, ich sehe keinen, ich sehe keinen. Opfer oder nicht? Opfer oder nicht? Ich bin geklaut, egal. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Tja Wund Sag doch mal stehen Jo, hast mir jetzt den eigenen Baum weggeschossen Kappa Kram von Dings Da hab ich schon mal profe Baum fallen gesehen und den runter geholt Nein, er hat mir den runter geholt Hallo Böden Hä? Das ist blöd Wie war das? Erst mit der Schrot und dann mit der Empie Macht mehr Sinn Oh nein, der Vater will eben mal schön mit der Schrot weiter den Kellern Hahahaha Fuck you Ups Das waren zwei unnötige Tode eigentlich Oh Gott Darf sie irgendwo eine einsame Verlassen rum Irgendwie Das war's wie vor Ich habe das ein Dein Ich werde es den in den in den Was?! Wie soll ich denn noch da drauf hämmern? Das ist mir wohl weggelasert! Ah, was hast du davon? Und? Ah, das war aber zu spät! So, wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte bei der Aufgabe, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten halt nur ein Like, würde mir auch schon reichen. Oder kommentiert! In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und spätestens bis morgen zur neuen Aufgabe.